In Berlin hat sich der früher weit bekannte magische Zirkel wieder zusammengeschlossen. Da sitzen sie nun, die Tauberer und Hexenmeister, an ihrem Stammtisch und machen sich gegenseitig ein X für ein U vor. Ein neuer Kartentrick. Welche Karte der Mann gezogen hat? Bitte sehr. Was? Ist nicht die richtige? Einen Moment. Und nun ist Hochstimmung am Stammtisch der Magier. Jeder zaubert, wie er kann. Nur einem ist die Zauberei Wurst. Bis ihm die Wurst zur Zauberei wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017